Hallo, was darfst du sagen? Ja, hallo, ich hätte gerne einen Döner, bitte. Und gerne mit welchem Fleisch? Kein Groß und kein Gammelfleisch. Ja, was haben Sie denn so? Also wir haben Hähnchen, Kalb, Lang. Bitte was? Also wir haben Hähnchen, Kalb, Lang. Döner. Döner. Ich weiß nicht, was das werden soll. Hier ist einfach ein Hähnchen Döner mit Kalb. Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Egal, hören Sie zu. Döner. Oh Gott, was ich gleich gesagt habe, ein Döner mit Kalb, mit allem drum und dran. Döner, Tzatziki, Salat, Geflügel, Kalb, Döner, Döner, Döner. Freak. Hören Sie zu, ich weiß nicht, was das werden soll. Geben Sie einfach ein Hähnchen Döner mit Kalb. Mach dir nochmal ein Hähnchen Döner. Okay, ich weiß nicht, was das werden soll. Geben Sie bitte einfach ein Hähnchen Döner mit Kalb. Hähnchen Döner.